Herzlich Willkommen zum nächsten Part des Destiny 2, Light for Let's Plays. In diesem Part werden wir mit der Exociate Quest für Winterbyte oder wie man das teilt. Ähm, anfangen hat er ja gesagt, halt den Teil weiter machen, wo ich beim Wunder aufgehört habe. Das ist halt mir erst später aufgefallen, dass das halt Accord Base ist. Dafür geht's jetzt hier halt zur Startarchivaren, Swindla, Dakari oder wie man das ausgesprochen wird. Astra und eine Art Geheimzahlenverarbeitungscode. Kein Kontext. Ihr müsst also die Aufzeichnungen von Astra wiederherstellen. Ihr müsst nur irgendwie mit Astra in einen Klang kommen. Niemand in der Stadt hat mehr erkundet. Ja, und zu dem Zweck kommen wir halt hier zum einen halt das Astra Monument, dann hier die zwei beiden und dann können wir halt hier mit dem Strider-Teil anfangen. Also Winterbyte ist dann halt die Dame. Und dann hier die Dame. Okay. Ich hab gerade an-'. Ich hab gerade an-。 Ich hab gerade an-. Ich hab gerade an-. endlich verdammt noch nur weil das bringt wie bekanntlich auch sehr viel in so ein boss oder sie aber gar keine chance wegen den was zu machen auch gut müssen jetzt hier die ok da schlimmste ist diese wird hier nicht mal das nützte mal sein dass wir sowas machen müssen zurück hier im poker raum hier dann können wir jetzt hier eins dieser dinge reparieren wahrscheinlich mit strengen reparieren wie es zumindest laut technisch gesehen wirkt zwar nur so aber ok jetzt seid eben ab zu dem hier was aber der will ja keine ahnung das kann man sich selber durchlesen mal strom nachkommen verbinde ich mit schrankwellen in meinem öffentlichen events teil nimm das also ein noch eine brauche ich davon dann hat sich das gibt das her und direkt wieder auf den typen macht zwar sowieso keinen richtigen unterschied aber was soll es naja das geht auch irgendwie schon und damit wir auch das die abgeschlossen reich verteidigt was auch immer prozent war auf jeden fall wenig das heißt man noch verdammt viele von diesen dinge an von uns oder eben bessere sachen also kommt man wird man nie fertig mit der aufgabe hier zumindest wirkt man nicht so okay muss jetzt die nächste streng quelle zumindest stört schritt 1 ja den können aber das geht doch gar nicht gerade öffentliche events gibt sie zumindest mal nicht an anderen aufgaben sind dann halt nichts nicht wirklich der rede wert ja komm gp ja ja doch das erledigt ja es gibt halt auch gar keinen fortschritten in sicht das heißt ja ich jetzt form hat mir patrouillen und hat so ein anderen zeugs so und na shit ich 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 Das war's. Ich werde mich hier von der Seite mal wieder abgeschossen. Na klar, noch so ein Schmutz. Ja klar, natürlich reicht das nicht. Gott. Hallo an den Sektor innerhalb der Wechselübergriffzone. Wo ist der? Ja. 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 Ja, ja. weg mit dem dreck das ist die ex hydra da oben das tier oder was das war jetzt extra drum aber trotzdem da war das hat einfach so wäre auch zu schön gewesen wenn das nur direkt funktioniert hätte nein jetzt gestern du in die hydra so gibt das er könnte man nicht mal alle davon machen also gut mit das ding was auch immer ihr seid zwei irre der band jetzt müssen wir noch den teil ja machen und dann ist das hier fertig aufnahmezeremonie gut überstanden die bürger haben schön improvisiert eigentlich sind bei der übergabe beide kuchen anwesend aber war ja nicht hier die streng fokus an sich habe ich oder ach komm na gut da geht das doch noch immerhin äh ja wie viel von dem muss ich noch kaputt machen bis ich überhaupt mal eins von den dingern gedroppt bekomme geht doch eins von den habe ich jetzt also das heißt ich brauche jetzt noch sieben von den teilen und dann halt eben ähm ja das andere ding da noch also der zumindest der der mit dem punkt geben konnte da ok kann ich jetzt auch mal treffen da bin ich jetzt auch noch zu blöd dafür ja geht doch das soweit dann brauchen wir jetzt noch den streetwerk und dafür geht es dann ab hier in die terminalüberladung rein mit dem quid ist ja jeder nutzt voll nützlich aber ich nicht den erbärmlichen schaden was ich hier machen kann und das wäre auch die letzte barriere gewesen so gehört sich das doch so schaut man sich eine störung in der stadt vom hals gut gemacht und das ist auch soweit also ich will jetzt erst was an den paar ja ich die mission mit blue jay hier beenden wir vorerst für den part hier bei den nächsten teil der quest den waren wir dann halt in dem folgepart gut und die die